so leute guten morgen zusammen hier wisst ihr neuer tag neuer shop und es wird einerseits für manche erfreut sein aber für manche auch wieder eine katastrophe wir gehen aber auch direkt rein ihr werdet gleich sehen was ich meine aber erstmal der komplett neue skin nämlich celeste ich hoffe so heißt sie sieht nicht schlecht aus aber sag ich ganz ehrlich 800 rebugs hätten da auch gereist aber mir persönlich ist schon heiß also ist nicht verkehrt es geht da hat man schon schlimmer im gegenteil ist positiv sogar die ansicht dann haben wir dabei die prisma klinge dann dreifach betrogen sprungwurf auf ein schöner skin dann haben wir slam dank korbzeit und bald talent ist wieder zurück also die guten alten basketball geschichten aber ich finde eigentlich schon wieder so dann haben wir den falten klar beziehungsweise das ganze paket davon einmal kunja mit drin einmal candy mit drin dann der kleider falke die pickaxe die clown dann noch eine pickaxe mit schnellschlag dann das rücken accessoire für die weibliche variante und das glaube ich die männliche variante aber wie gesagt für 2800 wie wachs zwei skins zwei pickaxe ein kleider ein legendärer kleider plus zwei rücken accessoires kann man eigentlich wirklich nicht meckern also das paket ist 1500 tschuldigung ist doch nur 1500er kleider aber trotzdem eigentlich schon top angebot so dann gehen wir runden hin ihr seht schon hier unten marshmallow wird noch schlimmer dann die freche wurst ist wieder zurück ja man kennt sie dann haben wir nachtkommando und erderschütterer blaues kamo ich denke mal kam also ok die tarnung aber jetzt auch nicht so der burner dann rasende sturm die t-pose darf natürlich auch wieder nicht fehlen so das waren die modes jetzt kommen wir an gute alten geschichten und ihr seht schon marshmallow da unten ist der major laser wo ist ravi scott ich meine das marshmallow paket kennen wir schon beinhaltet halt einfach marshmallow selber dass die mode pickaxe und kleider kostet wenn man gar nichts davon hat ich weiß nicht ob es wirklich 3300 kostet das problem ist weil ich es mir schon gekauft habe ich meine es kostet auch nur 222 ich bin mir da nicht sicher also ich will euch da nicht die falschen preise jetzt nennen liegt halt einfach daran dass das marshmallow paket schon habe dann gibt es halt das major laser paket mit major laser selber passend im rücken accessoires die pickaxe auch seine mode plus noch die musik plus noch nie mode und plus noch mal musik also bei dem paket kann man eigentlich nicht so viel verkehrt man gut ich habe jetzt schon die musik davon ich glaube es kostet dann 2526 bin mir natürlich trotzdem nicht ganz sicher ja und jetzt gehen wir weiter die ganzen tiktok emote sind schon wieder zurück ihr kennt sie alle einmal ihr hört mehr hört man kann sie nicht abspielen beziehungsweise ich nicht weil es halt einfach copyright musik ist es ist halt einfach ein bisschen blöd aber ist halt leider so dann haben wir das deadstorks zio paket immer noch drin harley quinn ist noch drin flash ist immer noch drin black manta oben rechts nicht vergessen dann catwoman paket batman geschichten beastball paket batman zero dann catwoman zero und dann batman der maskierte rächer plus letzter lacher paket es bleibt einfach und es bleibt einfach da es gehört inzwischen zum inventar so dann würde ich sagen war es das schon wieder mit dem video auf jeden fall viel spaß noch beim level und denkt dran wenn ihr mich unterstützen wollt gern creator code eintragen yt unterstrich familyeck und in dem sinne würde ich sagen haut rein